Ja, die ersten sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen sind dann so im Kindergarten und dann kommt die Schule, deine Schulkarriere. Du beginnst mit der Volksschule, weil ich frage dich, wo der Ausdruck herkommt, Volksschule. Weil die es dir eben überbringt. Echt? Ich meine, die Schule des deutschen Volkes, da verschlägt es einem ja die Strache. Wo kommt der Ausdruck her bitte? Volksschule, das kennst du. Ich meine, in die Volksschule gehen die 6-10-Jährigen, das sind in unserer Bevölkerung in etwa 6%. Warum heißt die dann Volksschule, wenn du 6% hinkommst? Gut, es gibt auch Volkspartei. Also, in Guttau war aber oben, war das ein Riesenbrüller. Aber das war natürlich noch vor dem klarreichen Sieg bei der EU-Wahl letzten Sonntag von der ÖVP, sagenhafte 29%, ja, bei 40% Wahlbeteiligung. Wahnsinn, ja. Ich meine, dass die SPÖ nichts gerissen hat bei der EU-Wahl, das war vollkommen klar. Weil die haben ja vollkommen falsch aufgestellt. Du kannst ja nicht als SPÖ das A-Team aufstellen. Wo doch jedes Kind weißt, dass beim A-Team ein Schwarzer dabei ist.